Opa, warum sind die Fische tot? Weil die Industrie das Rheinwasser vergiftet hat. Wer hat dir das gesagt? Die Grünen, die arbeiten für eine gesunde Umwelt. Auch wenn Arbeiten bei den Grünen manchmal ein bisschen anders aussah. 1980 gegründet, marschierten sie schon zwei Jahre später durch die Bonner Innenstadt und geradewegs in den Bundestag. Die anderen Fraktionen waren nicht erfreut. Das sind noch Menschen wie du und ich, Annegret.